Und der erste Planet, den man besuchen kann, ist... Ist die Erde. Ja, Overworld. Lull? Man kann zur Erde fliegen? Ich dachte, das wäre deaktiviert. Kann sein, dass es deaktiviert ist, aber das Problem ist, wir müssen auf die Erde, um die Tier 2 zu bekommen. Weil wir brauchen die Tier 2, um weiterzukommen. Also auf alle anderen zu kommen. Oh, da gibt es ein zweites Sonnensystem. Hm, ist von dem Erweiterungsmod. Ähm, Tier? Ja. Äh, wie weit bist du jetzt eigentlich wegen dem Eisen? Ich habe 2 Blöcke und 3. Scheiße. Für was habe ich nochmal die 2 Diamanten gebraucht? Ähm, keine Ahnung, aber wenn du sie so nicht brauchst... Ich brauche sie, auf jeden Fall. Ach, das ist eine Einbildung. Kann man irgendwie da nicht eine Kiste dran machen, der das da automatisch reintut und wieder absaugt? Wie rein und absaugt, hä? Weil sie das mal automatisch Cobblestone in den Chemical... ...Dick kommen, Dings da machen und wieder automatisch rausnütteln. Könnte man nur machen, natürlich. Das geht, das hat CO2, glaube ich, so gemacht. Das wäre nämlich praktischer. Dann müsste man den nur woanders hinsetzen, dass ich mehrere Seiten Platz habe. Also dann das Ding hier auf jeden Fall weg, erst einmal. Die zwei Franken sowieso keinen Strom, also... Ja, es soll aber schon ordentlich aussehen hier. Und das zeichnen wir eben raus. Ah, stimmt! Jetzt weiß ich, wofür ich das brauche. Na, hier, dieses Ding hier, wo ich drunter stehe, das müsst ihr mal leer machen. Hm, und... Ist der. So. Ich mach das mal hier rein. Gut, dann mach ich dir das schnell so, wie du das möchtest. Wär nett. Ja, du musst mich nur lieb drum bitten, ne? Ist ja nicht so, dass ich dir sowas nicht mache, also... Jo, ich brauch ne Item-Transfer-Note. Das ist ein Tutorial-Sign. Das ist ein Tutorial-Sign. Ohne die geht gar nichts. Was ist denn was? Ja. Das muss ich erst einmal weg. Ich muss dir das erst einmal nix legen. Das, das und das. Ähm, ich brauch ne Transfer-Node. Dafür... Ähm, Redstone, Cleanstone, Ender-Perlen. Ja, und ich brauch dann halt wieder... Energy-Pipe. Nee. Ich mach das mit den einfachen Transfer-Pipes. Glas, Stone-Slaps oder Slapes. Zum Glück brenne ich oben grad Stein durch. Das wird jetzt auch das Schlussende der Aufnahme. Und das, das, das und das. So. Das, ähm... Das, ähm... Nein, nicht Energie. Ich wollte keine Energy-Pipes. Äh... Ich wollte normale haben. Das da. Äh... Ich dachte, der macht mir das mit Lapis. Aber gut, wenn er es mit Redstone machen will. Das, das, das. Transfer-Pipes. Ähm... Eine Kiste. Ich mach das gleich mit Ender-Perlen. Dann krieg ich 4 wenigstens raus. Ähm... So. So. Und so. Oh komm ey, ganz ehrlich dieser Stern fuckt mich noch mal ab. Der macht das nicht, hä? Wieso macht der das nicht? Zieht das da raus? Das ist ja schon richtig. Ja, der zieht das raus, das muss in den Dekompressor und dann von dem geht das hier rein und in die Kiste. Er tut das aber nicht in den Dekompressor. Ja, äh. Pack mal, jetzt kommst du. Nicht dropen, da rein tun. Ne, warte mal bevor du den da rein machst. Ich wollte eigentlich das bei ihm betragen, wenn er erstmal leer ist oder leer ist. Ja, ich muss mein... Och, meins erstmal leer machen. Ach, dieser Stern. What the fuck? Ach, das ist alles so? Ja, den wollte ich grad raushauen. Hehehe. Bei dem Winter ist sowieso der Schlepploffel. Macht das jetzt, glaube ich, auch nichts mehr aus. So, jetzt hat er eigentlich natürlich die Kiste... Doch, die hab ich eingesammelt, gut. Jetzt krieg ich die Kiste nie auf. Jetzt mach das rein. Cool. Und zieht's auch raus. Cool. Also kommt das von oben, der hat aber jetzt keinen Strom. Vielleicht mal gucken, ob er das zur Seite rauszieht. Ja, das toll. Warte mal, äh, wo ist das Ding hin? Ist das jetzt eingesammelt? Das ist ja was ich in der Hand hab. Ja. Da hab ich doch gesagt, dass ich das eingesammelt hab. Äh, das da... Und zieh vielleicht das, äh, nach links raus. Das da weg. So. Jetzt zieht er das da rein. Genau. Ähm, jetzt kriegt er von der Seite Strom. Ach, was mach ich denn? Äh. 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 Und die Haftsap kannst du alle in die Kiste hier schmeißen. Ja, der wird befeuert. Der kriegt wieder ordentlich saft. und müsste alles durchhauen. Allerdings würde ich empfehlen, pass auf, um eine etwas größere Kiste daran zu setzen. So, und dann kannst du den Stern auch wieder einsetzen. Achso, das ist zu schnell, damit man es sieht. So, jetzt wird es da. Läuft doch, oder? Aber wir brauchen noch ein paar Haarslabs vielleicht. Vielleicht. Ich guck mal kurz in die Baumparm rein. Die macht gar nichts mehr. Ich stelle hier ein paar Haarslabs her. Es ist zwar doof, weil wir jetzt hier oben ein Loch haben, aber gut, lässt sich nicht ändern. Das macht man auch so. Es ist zwar so ein Ding, aber man kann nicht mehr nach unten schauen. Hast du irgendeinen Block drauf gesetzt? Ja, den, wo ich eingesammelt habe. Okay. So. Ich krieg keine Luft. Ich muss nur kurz Luft holen. Das kotzt mich an ein bisschen. Das sind zu Slaps, Kraft, oder willst du das so rein tun? Äh, ne. Zu Slaps, weil ich brauche auch welche für das Sieb. Jetzt hast du mir da alles eingesammelt. Das ist nicht so schlimm. Ich bleibe jetzt direkt im Menü von der Crafting Bench. Dann kann ich das wirklich, das einsammeln, dann auch gleich wieder ... Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Umändern. Oh, jetzt habe ich die Stämme rausgeschmissen, ich Idiot. Ich komme nicht weg. Du sollst auch bei mir bleiben. Ich komme aber nicht zu weg, um so mein Inventar wegzukraften. Ich komme nicht weg. Klar, von du kommst weg. Ja. Warum kommst du wohl nicht weg? Weil ich zu schwer bin? Äh, bitte was? Keine Ahnung, ich hab vor voll zwölf'n Tag, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich nicht wegkomme. Dankeschön. Ähm, das kannst du dann bei mir oben in die Kiste schmeißen, weil deine fast oder halb voll ist. Ich schmeiße trotzdem erstmal alles rein. Danke. Danke, dass da eigentlich auch was abkriegt. Ich hab noch Holz im Elementar. Ja, meine. Die obere von den zwei Kisten ist es. Tja, die Kiste ist auch fast voll. Das reicht erstmal. Ähm, Tybox, was machst du grad? Ähm, noch ein bisschen was durchsieben. Äh, hast du das automatisiert? Kann ich jetzt machen, Borde? Ja. 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 Ja.